herzlich willkommen zurück zum let's play von outlast das letzte mal wurden wir von diesen fleisch klops hier verfolgt und ich bin hier wieder in der mitte hier bei den köpfen und allem gespawnt deswegen bin ich mir gerade nicht sicher ob der noch immer noch hier ist oder ob der jetzt erst kommt ich hoffe der kommt nicht aber ich bin mir halt wie gesagt mir sicher ich höre so erst mal nix ja hallo ja das sind einige tote kopf ab ok ziemlich jeder hat den kopf was war das und das ist der typ mit den ketten das ist der typ mit den ketten kacke hört man ganz gut halt an den ketten neben hört man vielleicht wenn man gut hinhört kommt bestimmt jetzt hier rein schön wie ja hallöchen ok ist der jetzt weg ich höre ihn noch der sich nicht mal verpieseln ist halt echt immer noch hier hallo denn läuft er kacke man ich würde sagen habe ich abgehängt vorerst also ich hoffe es mal schwer kacke oh goddammit alter Junge Fuck Warum wusste der jetzt, dass ich da bin? Ey Das ist doch so ein Affe Wie komme ich hier überhaupt raus? Oh, shit Yes Inactive Warte mal, ist der hier lang? Ich würde Ich sollte doch Irgendwie einen Fluchtweg durch die Duschen finden Und schau, was sind ja die Duschen Also ich hoffe Ja, okay Er schreckt mich halt ohne Grund Oh, hier wurde der eine doch enthauptet, oder? Wieder ein toter Wachmann Alter, man weiß ja echt nicht, was in diesem Game auf einen zukommt, ne? So, Leute Hallo Könntest du einen Abgang machen? Sie müssen uns rauslassen Die Gitterstäbe werden den Wall Wallrider? Ich weiß nicht, ob ich den aufmachen soll Es geht nicht mehr auf Tut mir leid Hör mal auf, mir zu verfolgen Geiles Deutsch Hör mal auf, mir zu verfolgen Ja Kann ich hier irgendeinen aufmachen? Ich sehe nicht so freundlich aus, ehrlich gesagt Hey, ist das eine Batterie? Sehr gut Weil ich habe nicht so ganz viele Alter Hör auf mir Nachzulaufen Seidig Du siehst so seidig aus Das hat auch der gesagt Der Die Leiche gefickt hat Ich hoffe mal, ich sehe nicht ganz so seidig aus Okay, im Ernst Wo geht es hier raus? Oh, fuck ist das halt Oh, fuck Man sieht hier sogar den Staub in der Luft Schon ganz geil gemacht eigentlich, das Game Haufenweh Nachzulaufen Hey, wo ist er jetzt? Komisch Nee, ich helfe dir nicht beim Waschen Oh, du Made Machen Abgang Hier Ja, okay Das ging schnell Der war ja schnell down Ich kann ja mal gucken, ob hier was drin ist Wie eine Dings Wäre schön, wenn hier mehr Dings wären Wo komme ich hier lang? Ja, geht Welches Experiment? Komm, komm Das packst du, Junge Sehr gut Oh, wieder eine Notiz Witness Ey, der lebt ja noch Hallo Bamm, meins Wie ging das noch mal mit Notizen Oh Gott, das ist so viel Das Müsst ihr lesen Stopp machen Wer es lesen will Und dann geht es auch weiter Weil ich will hier endlich mal wissen Wie es hier weiter geht Und Keine Ahnung, wer hier scheiß war Aber derjenige hätte wirklich mal spielen können Oh, jetzt mache ich deine Zelle dreckig Das gibt Ärger Jetzt ist deine Zelle dirty So Ich will eine Batterie Ne, ich will nicht unter das Bett Schon wieder inaktiv Meine Fresse Ah, da oben geht es weiter Okay Ich hoffe ja mal, dass die alle nicht hier auf einmal freikommen Ich glaube, dann habe ich ein kleines Problem Zu schade, dass abgeschlossen ist Auch echt nirgends eine blöde Batterie Vier von zehn Habe ich Ne, drei von zehn jetzt Aber ich sollte die echt immer Im letzten Moment da aufladen Nicht so immer direkt Das ist nicht so von Vorteil Kannst du mich mal verpissen Ob bist du blöd, alter Ich habe dir nichts getan Spaß, die Kacke Lass mich los Du Arschgeige Hey, sind auch nur blöde behinderte Spacken Wollte der mich einfach schlagen Und der nächste, der mir begegnet Der will mich da Festhalten Oh Ja, der sieht auch nicht mehr so Ganz gesund aus What the fuck Was labert der da Komm ich hier raus Sehr gut Hier sind zu wenig Batterien Weil ohne Nachtsicht ist das nicht ganz so praktisch Also die hätten hier schon mal ein paar verstecken können eigentlich Das wäre echt korrekt gewesen Ah Okay, die glänzen wirklich Die sieht man auch Oh Hier hat jemand eine Schleifspur hinterlassen So Hm Hm Kleiner Donner Das ist Ist denke ich mal der Fluchtweg durch die Duschen jetzt gewesen Aber mir sieht es hier nicht ganz so schön aus Und ich denke Weil hier die Schränke stehen Hat das auch so seine Bedeutung Oh 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 War Rider Krankenbericht von William Hope Vollziehungsbefehl Okay Sieht jetzt irgendwie nicht so Oh Projekt War Rider Kann man sich Sachen durchlesen Patient behauptet In selbstgesteuerte Ist das ein L oder ein I Iuzide Iuzide Luzide Egal Traumphasen vorgedrungen zu sein Morphogenetische Antriebsaktivität in Beispiel Speil Beispiellosen Umfang beobachtet Fahren fort mit Stufe 4 Hormon What the fuck ist das alles Sieht aus wie Asia Suppe Oh Ein bisschen Wirbelsäule Hier drin fühle ich mich sicher Aber ich will ja Vorankommen Ne Das ist auch so kacke dunkel Ich will ne fucking Batterie Ach Sehr schön Habe ich bekommen was ich wollte Mäßig glaube ich nett Wieder schön ausmachen hier Damit wir die Taschenlampen sparen Was für ein Loch sind wir jetzt gelandet Ja ok ohne Nachtsicht ist das hier Nicht so geil Der Saft von der Taschenlampe geht langsam aus Wenn wir gleich mal auffüllen müssen Oh kacke wo bin ich hier Ja ok werden wir gerade mal auffüllen Die Taschenlampe Oh hallöchen Das ist immer noch nicht so geil So